und es ist nach der Labyrinth Kong Gretz wir haben es geschafft und natürlich ist mal dies hinter uns das hat echt mega Spaß gemacht und ich habe goldenen Apfel hier habe trotzdem noch ein halbes Leben verloren ach so wegen dem Slime und wir kommen übrigens in eine Schneelandschaft das hier ist das Labyrinth und damit ihr mal und da sind Creeper ich schalte jetzt mal auf Peaceful damit ich euch mal das ganze Teil hier zeigen kann ich gehe mal in Flugmodus wiii und dann könnt ihr mal sehen wie riesig dieses Geländer eigentlich ist das ist jetzt alles mit Schnee bedeckt oh man das ist echt riesig hier das gehört alles noch zu dem Labyrinth das ist da unten warum leuchtet da was Moment das mag ich mir mal näher anschauen ah jetzt weiß ich was das ist hier das sind die goldenen Steine genau auf der anderen Seite hier sind wir gespawnt und das hier das steht hier auch irgendwo ein Schild ich glaube ist ja auch egal das hier sollte mal eine Monsterfalle werden die nicht fertiggestellt wurde ja fliegen wir wieder raus da steht hier auch irgendwo ein Schild ich bin jetzt nur zu faules Schild zu suchen und jetzt sieht man mal was für ein fettes Gelände das hier eigentlich alles ist nochmal ein riesen Dank an den der das hier alles konstruiert hat echt super Arbeit war bestimmt sauschwer ich meine hier dieses ich glaube diese riesen Komplexe sind alleine die Türme und dann außenrum noch die ganzen anderen kleinen Aufgaben naja was heißt klein waren ja auch nicht einfach ich frage mich wo der ich glaube das hier ist der Holzturm irgendwie trafikbar vielen Dank und ich verabschiede mich mal auf dem Kanal von mir und meinen Freunden vorbei schaue ich andere Displays an Daumen hoch kommentieren abonnieren favorisieren macht sowieso keiner wenn ich sage ich weiß aber ist halt das Klischee um naja dann wie gesagt hat mir Spaß gemacht ich werde weitere solche Maps ähm spielen ich habe schon ein bisschen was von Escape Craft sogar aufgenommen und ja werde ich dann auch auf meinem Kanal finden bis zum nächsten Mal und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal